Du bist allein, hast ein Mieterwertigkeitskomplex, kein Geld, viel Zeit und wärst gerne berühmt, um das alles zu ändern? Du möchtest aber nicht das Haus verlassen, um auf Kinoprimieren, Opernbannen und Wohltätigkeitsveranstaltungen dein Gesicht oder dein Ausstieg in die Kamera zu stecken? Kein Problem! Denn das kannst du nun auch zu Hause. Werde berühmt auf YouTube in wenigen Schritten. Kauf dir eine Kamera, lad dir ihr geiles Schrittprogramm runter und besorg dir noch ein paar YouTube-Untersidien und schon kann es losgehen. Drehe Vlogs, rede über dein spannendes Leben, deine Meinung, YouTube-Kollegen und versichere immer wieder, wie wenig wichtig dir Berühmtheit und Geld sind. Vergiss dabei nicht die plötzlichen Sprünge, die 0 nach 15 Hintergrundmusik, für die du keine Lizenz hast, öde Spiele mit nachträglich eingeblendeten Texten und das obligatorische Platzbretschen. Total lustig! Drehe Musikvideos! Setz dich mit deiner Gitarre auf dein Sofa, dein Bett, dein Klo, dein Bürostuhl und nimm zur Not auch mit deiner Webcam ein Video auf, in dem du einen aktuellen Song covers. Schau dabei ausschließlich auf den Boden, weil dort der Text liegt. Verzichte auf Schnitte und lass unbedingt drin, wie du die Kamera ausschaltest. Drehe Musikvideoparodien! Schau ab und zu in die Charts und such dir einen Song aus. Überleg dir ein Thema, das vor allem Teenager anspricht. Es bieten sich an, allein sein, attraktive Frauen, plötzliche Erektionen, Randgruppenwitze. Verzichte beim Upload auf einen kreativen Titel und nenn das Video ebenso wie das Original. Drehe Kommentarvideos! Wenn dir gar nichts einfällt, hast du immer noch deine Zuschauer. Mach einfach ein Screenshot von ihren Kommentaren und beantworte sie möglichst unkreativ. Zur optischen Aufbesserung bedienen dich Explosionen, sekundäre Geschlechtsorgane und immer wiederkehrenden Sprüchen. Leuke Boss! Aber Achtung! Vermeide Gesellschaftskritik, Ironie und Frauen in deinen Videos, um negative Kommentare zu umgehen. Zwinge bekannte YouTuber dazu, deine Videos zu promoten. Wenn du Glück hast, schaffst du schnell den Absprung zur Partnerschaft. Schon bald wirst du ein Netzwerk, deine Seele verkaufen können. Der Rundfunk wird auf dich aufmerksam. Durch YouTube machst du nicht nur dich, sondern vor allem viele andere Leute sehr glücklich. Zögere nicht, fang heute noch an.